Hallo, Mitmenschen und willkommen zurück zu Phoenix White Ace Attorney. Beim letzten Mal haben wir einige Zweifel beim Richter ausgelöst, dass wir zeigen konnten, dass der Edge vielleicht doch nicht schuldig ist. Hauptsächlich, weil der Mann auf dem Foto hier eigentlich mit der linken Hand geschossen hat und er selbst mit rechts. Und wir haben dann auch noch diese Vermutung aufkommen lassen, dass vielleicht der Typ Selbstmord begangen hat. Aber das scheint ja auch wieder unwahrscheinlich, ob der von Karma jetzt das, ob der Autopsiebericht von ihm jetzt stimmt oder das wieder irgendwie reinschreiben lassen, wissen wir nicht. Aber so wahrscheinlich finde ich den Selbstmord jetzt von der ganzen Konstellation auch nicht. Also sehr schwierig, das so nachzustellen mit auch noch Fotobeweis und so weiter. Also ich meine, die haben ja nicht erwartet, dass es jemand filmt und so weiter. Aber trotzdem würde ich einfach mal beim Großbeck zu US gucken. Vielleicht hat er uns ja was über den Typen noch zu erzählen. Oder auch nicht, weil er nicht da ist. Gut, das geht natürlich auch. Achso. Ich komme von hier aus nicht mal überall hin. Er ist was, was... Achso, nee, diesmal waren wir... Waren wir vorher schon in der Kanzlei? Mal schauen. Achso, doch. Ich dachte schon, von wegen, dass jetzt doch was passiert. Aber stimmt, da Maya nicht da ist, ist natürlich hier auch. Nichts. Einen Fall gegen Edge of aufzubauen. Gut, damit haben wir es nochmal offiziell bestätigt bekommen. Wir sollen zum Tatort. Gut, dann geht es jetzt endlich mal los. So, hier laufen weniger Polizisten rum als gestern, aber es sind noch immer welche im Park. Ich frage mich, ob Inspektor Gamschuh heute hier ist. Ja, höchstwahrscheinlich, weil uns gerade gesagt wurde, dass er hier ist und alle anderen Orte haben wir schon abgeklappert. Aber erstmal zu den Saborei Hot Dogs. Der öffentliche Strand. Hab Larry heute noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er ein sündhaft teures Date mit der bezaubernden Kierns. Gut, jetzt bleiben wir uns wirklich nicht mehr viele Orte übrig. So, ich gehe mal zum Bootsverleih, weil dort war bis jetzt noch nichts passiert. Und das kommt dem Tatort ja noch am nächsten. Der Strand war ja quasi der Ort, wo die Zeugin es gesehen hat, aber der Tatort war ja mehr hier mit dem Booten und so weiter. Oder auch nicht. Gut, also, also es ist wirklich einfach alles leer. Gut, dann eben zum Wald. Ich finde auch schön, dass uns jedes Mal gesagt wird, dass heute der 26. Dezember ist und ich denke dann immer, jetzt passiert irgendwas. Nein, und wenn, dann war es nur, dass Phoenix gesagt hat. Oh, niemand da. Ereignisse. Hm, na, siehst du. Hey, Inspektor Gamschuh. Hey, Junge. Der Prozess heute eher, ähm... Ja, was ist damit? Nun, ich wollte eigentlich gute Show sagen, aber das war es ja gar nicht. Obwohl sie Edgeworth gerettet haben dürften. Ich wusste nur nicht, wie ich ihnen dafür danken sollte. Verstehen Sie? Äh, danke. Ähm, ja, genau. Das war eine komische Anrede, aber... Weiter geht's. Inspektor Gamschuh. Haben Sie eine Idee, welche Strategie von Karma morgen verfolgen könnte? Sieht so aus, als würde er noch einen Zeugen aufrufen. Noch einen Zeugen? Ach, richtig. Das hat er ja heute während der Verhandlung erwähnt. Ja, es gibt noch einen. Ja, es gab zwei Zeugen. Ja, ja. Ich habe mich gefragt, wer diese andere Zeuge sein könnte. Äh, wer ist es denn? Tut mir leid, Junge. Ich würde ihnen gerne helfen, aber ich bin nicht befugt, diese Infopreis zu geben. Hm, stimmt ja. Na gut. Ach ja, richtig. Ich wollte sie ja noch etwas über Edgeworth fragen. Hm, was denn? Fürchtet er sich vor Edgeworth? Davon habe ich gar nichts gewusst. Hm, äh, Edgeworth spricht nicht viel über sich selbst. Das verstehen sie. Aber eine Sache ist sonnenklar, dass er Verbrechen so sehr hasst. Dass er Anwalt geworden ist. Dass er sich vor Edbeben fürchtet, hat alles mit diesem Fall angefangen. Dem Fall DL6? Jo, genau mit dem. Vor 15 Jahren, als er mit eigenen Augen sah, wie sein Vater erschossen wurde. Das tut ihm immer noch sehr weh, das kann man in seinen Augen sehen. Kann sein, dass da quasi gerade eins war, oder dass irgendwas... Was weiß ich, wenn es in einem Fahrschul war, glaube ich nicht, aber... Also irgendwas, was einem Erdbeam halt gleichkommt. Oder kann auch sein, dass es damals wirklich ein Erdbeam war und es deswegen immer so ihn daran erinnert und... So weiter, mal schauen. Ich wollte mit ihnen über Maya Fey reden. Hä? Ist sie noch nicht gegen Kaution entlassen worden? Das ist seltsam. Ich habe denen gesagt, dass sie sie gehen lassen sollen, sobald der Bericht fertig ist. Oh Mann. Ich weiß ja nicht, was heute im Griechster passiert wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Mit anzusehen, wie sie vom Griechstien herausgezerrt wurde. Ganz ehrlich, Junge, da hatte ich Tränen in den Augen. Edgeworth, er war so gerührt. Ich habe seine Lippen zittern sehen. Wirklich? Der heißkalte Edgeworth? Er war ihr ehrlich dankbar für das, was sie getan hat, wissen Sie? Ich begebe mich jetzt wieder zum Polizeirevier. Ich besorge mir den Bericht über Maya und hole sie so schnell wie möglich daraus. Vielen Dank. Ach, einen Moment noch. Ähm, ich habe mich gefragt, wie hoch die Kaution wohl ausfällt. Machen Sie sich darüber mal keine Gedanken. Herr Edgeworth hinterlegt den gesamten Betrag. Was, Edgeworth? Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Er ist sehr dankbar für das, was sie getan hat. Nun, Junge, vergessen Sie nicht, sie nachher abzuholen, okay? Hm. Vielleicht kriege ich Edgeworth dazu, auch die Miete zu zahlen. Ja, bestimmt. So, hier dürfte eigentlich nichts Neues sein. Alles steht noch da, wo es ist. Wir schauen mal, ob vielleicht eine neue Rolle eingelegt wurde und jetzt was Neues ist, aber ansonsten. Ne, das Kamera zeigt, wie ihr gehabt habt, auf den See raus. Selbst der Anfänger, wie ich sie, dass die Kamera eine schöne Summe gekostet hat. Ich hoffe, sie wird hier draußen nicht gestohlen. Oh, stimmt. Na gut, noch laufen Polizisten hier rum, aber ja, kann sich jemand durch den Wald schleichen. Und ja, liebes Spiel, man kann auch durch die Wälder gehen und muss nicht nur auf offiziellen Wegen, genau. Wandern, Wald und auf einmal geht... Ja, ja, nee. So. Ähm, hm, 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 gut, sieh. Ja. Wollte doch mal kurz, ne, erstmal wurde uns gesagt, wir sollen Maya rausholen. So, der Kommschul ist notfalls nochmal in der Kriminalabteilung und wir gucken halt dort vorbei. So, immer noch der 26. Dezember. Hey Nick, endlich bist du da. Sie sind gerade mit dem Papierkramm fertig, ich kann gehen. Endlich frei, hä? Die waren richtig gemein beim... Die haben so gefragt, okay, was haben sie denn diesmal angestellt? Als wäre ich irgendeine Kriminelle, kannst du dir das vorstellen? Nun, letztendlich haben sie dich aber doch gehen lassen, nicht wahr? Hm. Ähm, oh, das erinnert mich an etwas. Danke für die Kaution. Äh, bedanke dich bei Edgeworth. Hä? Er hat die Kaution für dich hinterlegt. Hat gemeint, er wäre dankbar für das, was du getan hast. Das hat Herr Edgeworth getan? Da bin ich ihm aber was schuldig. Wir müssen diesen Fall unbedingt gewinnen, Nick. Sie hat schon geholfen, ihn da quasi aus dem ersten Prozestakt zu retten. Und außerdem hat sie dafür gesorgt, dass wir ein paar Infos über den Fall bekommen. Also, sie macht eigentlich Sachen. Also, sie ist eigentlich ihm nicht so viel schuldig. Aber ja, es ist nett von ihm, das zu machen. Ähm, Kaution. Ähm, soweit ich das Prinzip an der Kaution verstehe, ist das Geld nicht weg. Man muss, man muss es sozusagen nur eine Weile weg leihen. Und da bestimmte Bedingungen bekommt man es dann irgendwann zurück. Also, es ist jetzt eigentlich kein großer Verlust wie ihn, wenn Maya jetzt nicht, was weiß ich, schon wieder irgendwelchen Blödsinn anstellt in der Zeit, die sie weg ist. So. Gucken wir nochmal in eine Kriminalabteilung, dann würde ich... Okay, oder auch nicht. Ja, Gampschuh ist da, aber wie könnte ich mit ihm reden? Wieso kann ich von hier aus nicht zum Großberg gehen? Bin gerade ein bisschen komisch. Oh. Ah, frische Luft. Muss schon sagen, Freiheit fühlt sich toll an. Wir nehmen dich bloß morgen und kriegst halt, okay? Sich daneben benehmen macht aber viel mehr Spaß. Der Spaß wird sich in Grenzen halten, wenn Edgeworth sich weigert, Kaution zu bezahlen. Hm, okay. Ich werde brav sein. Oh Mann. So, hat sie noch was zu erzählen? Na gut, das Übliche, aber... Da hatte ich ja gerade schon alle Horte abgeklappert, aber es kann sein, dass es jetzt natürlich wieder anders ist, jetzt wo sie wieder dabei ist. Aber trotzdem. Was sollen wir tun? Ich weiß nicht, ich war die ganze Zeit in Haft. Ich glaube, ich lasse dich entscheiden, was wir tun. Nun, abgemacht. Das muss ich ständig. Nun hast du irgendwelche Ideen, die du mir gerne mitteilen würdest? Tja, ich war den ganzen Tag in Haft ja immer noch. Ich denke, ich hätte gerne etwas mehr Zeit zum Nachdenken. Sie hatte die ganze Zeit zum Nachdenken. Ja, gut, sie hat ja über mir nachgedacht, natürlich. Gut. Ja, stimmt. Das versucht sie ja quasi nebenbei immer noch die ganze Zeit. Ist ja gut. So, und nochmal alle Orte abgehen. Ich werde dann einfach mal hinschneiden, wenn ich was gefunden habe. Heute sind nicht so viele Polizisten da, stimmt's? Sie sind wohl im Revier und am Fall Edgeworth zu arbeiten. Hm. Hallo auch. Hey, da ist es Lotta. Heute haben sie es wirklich geschafft. Was haben wir jetzt schon wieder verbrochen? Nee, ich beklage mich ja nicht. Sehen Sie, ich habe etwas nachgedacht, ein wenig. Selbstreflektion sozusagen. Ich habe erkannt, dass man als Zeugin eine mächtig große Verantwortung trägt. Aber ich bin da einfach hingegangen und habe drauf losgeschnattert. Lotta. Verstehen Sie, ich will es wieder gut machen. Wieder gut machen? Was hat sie zu sagen? So, der heutige Prozess. Was haben Sie von dem Prozess gehalten? Ehrlich gesagt habe ich es fast nur getan, um sagen zu können, ich war mal Zeugin, obwohl ich nicht wirklich etwas gesehen habe. Ich habe mir aber selbst irgendwie eingeredet, ich hätte etwas gesehen. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe Ihnen allen einen Haufen Ärger gemacht. Nun, das Gedächtnis ist ein fahrges, kniffliges, kleines Ding. Ja, das weiß ich jetzt nur zu genau. Wenn ich das nächste Mal Zeugin bei einem Mord bin, werde ich gewappnet sein. Richtig. Sie meinen, wenn Sie zum ersten Mal Zeugin eines Mordes sein werden. Na gut. So, fragen wir Sie zu unserem Lieblingsmonster. Was ist aus Gordi geworden? Ach ja. Nun, ich denke, der Prozess schürt nur die Flammen des Gordi-Fiebers. Ich werde meine Exklusivfotos bekommen und eine kometenhafte Karriere machen. Sehr gut, Lotta. Auf geht's, Mädchen. Ich wünschte, ich könnte auch Enthüllungsfotografin werden. Mach doch erst mal deine Ausbildung zum Medium fertig. Äh, und jetzt das Spannendste. Lotta, was meinen Sie mit Wiedergutmachen? Nun, wissen Sie, ich habe nämlich Informationen für Sie und so. Was? Ähm, dieser von Karma wollte nicht, dass ich etwas darüber sage. Welche Informationen? Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Verstehen Sie, ich dachte, wir könnten einen kleinen Tausch machen. Tausch? Ähm, ich dachte, Sie wollten etwas wiedergutmachen. Genau. Ich schlage einen kleinen Tausch vor, um es wiedergutzumachen. Hm. Was? Informationen gibt es nicht im Sonderangebot, mein Freund. Ähm. Hey. Ich sehe doch, dass Sie denken, wie einfältig diese Landeier doch sind. Es steht Ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben. Glauben Sie mir, der Großteil der Landbevölkerung ist viel raffinierter als Sie. Ich bin nur eine Ausnahme, okay? Nun, was ist jetzt? Sind wir im Geschäft oder nicht? Und was machen wir, Nick? Ähm. Ja, das ist ja jetzt eine ganz doofe Frage. Ich meine, erstens, die Informationen sind für uns vermutlich sehr wichtig. Vielleicht kommen wir auch selbst drauf. Aber ich meine, ich habe mich gerade überall umgeguckt und es waren kaum Leute da. Zweitens, sie hat ja noch nicht gesagt, was ich dafür eintauschen soll. Das heißt, ich weiß ja noch nicht, was ich für sie tun soll. Und dann kann ich ja nicht sagen, ob wir im Geschäft sind. Also, erst mal würde ich mir das Angebot anhören. Äh, mal schauen. Wir haben keine anderen Spuren, also haben wir keine andere Wahl. Okay, wie viel? Hä? Sind Sie bei Ihnen jetzt sämtliche Schrauben locker? Ich bin vielleicht nicht sehr raffiniert, aber ich brauche doch keine Armen. Hä? Die einzig fairen Gegenleistung für Informationen sind Informationen. Hennen Sie gut zu. Ich brauche von Ihnen Informationen über Gordi. Was? Gordi? Äh, aber Gordi gibt es... Ich meine, möglicherweise existiert Gordi gar nicht. Dann beschaffen Sie mir einen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Äh... Ich werde vom Auto aus aufpassen, okay? Wenn Sie etwas entdecken, kommen Sie zuerst zu mir, einverstanden? Ähm... Einverstanden. Okay, bis später dann. Hm. Okay, Nick. Dann mal auf zu Jagd. Jagd? Du meinst wohl doch nicht ernsthaft. Gordi? Aber natürlich. Was ist mit Edgeworth? Wir suchen Gordi doch für ihn, Nick. Kapierst du das denn nicht? Okay. Und wie sucht man nach einem imaginären Ungeheuer? Vielleicht können wir einen Experten für Monstermythen auftreiben. Hm. Einen Experten für Monstermythen. Großberg, du bist doch, glaube ich, Fan der... Was weiß ich. Keine Ahnung. Fantasy-Gemeinde von... Vom Gurzi, genau. Die Kurze Liga. So, jetzt die Frage, laufe ich weiter den Strand entlang oder... Ja, erstmal. Hier wieder schauen. Äh, okay. Öffentlicher Strand. Was ist das denn? Der Steel Samurai Nick. Hi, Maya. Larry, was zur Hölle ist denn das? Oh, das war die Idee von meinem Mädel, Kianz. Sie hat gemeint, wenn du das hier aufstellst, wäre das irgendwie richtig cool. Sie hat mir das zusammen mit dem Spruch... Spruchband. Okay. Gegeben. Wow, das ist ja richtig toll, dass sie das für dich gefunden hat. Nun, sie kennt einen Haufen Leute. Und die Serie ist ja jetzt vorbei, deshalb hat sie sie umsonst bekommen. Okay. Ähm, ja. Wenigstens hat er kein Weihnachtsmann-Kostüm mehr an. Na gut, fragen wir ihn einfach mal weiter aus. Wow. Hey, Nick. Was ist mit Edgeworth passiert? Äh, tja, den ersten Teil vor Gericht haben wir ganz gut überstanden. Ich weiß aber auch nicht, wie ab jetzt unsere Aussichten sind. Äh. Hey, Larry, hast du was von Edgeworths heimlicher Schwäche gewusst? Er hat Angst vor Erdbeben. Er benimmt sich dann wie ein kleiner Junge. Hm. Das ist komisch. Ich glaube, in der Schule war er noch nicht so drauf. Nicht? Ehrlich? Nun, wir waren ein Jahr lang in derselben Klasse. Er hat dann ziemlich bald die Schule gewechselt. Gewechselt? Genau, als der Fall DL6 passiert ist. Scheint aber nicht so, als wüsste er wieder von. Na gut, ich finde nun, na gut, die Maya will natürlich möglichst viel über den Fall rausfinden, aber den Larry jetzt hier einfach so von der Angst da, von dem Edgeworth einfach so erzählen, vor allen Dingen so euphorische, von wegen, hey, wusstest du, der hat voll Angst und so, haha. Also es kommt gerade ein bisschen komisch, sie ist ja eigentlich immer so gutherzig, aber dort kam es jetzt irgendwie komisch drüber, vor allen Dingen auf dem Boden zusammengebrochen ist, ist es so gegangen. Naja, der steht jetzt erstmal nicht auf. Bisschen komisch. Hey Larry, was ist denn das für ein großes Ding da vorne? Hä? Ach, der große Kerl. Den habe ich schon seit etwa einem Monat, ja. Ist bei den Kids voll angesagt. Warum war er gestern nicht da? Hä? Hä? Ach ja, richtig. Der Kompressor war kaputt. Der Kompressor? Ja, das kleine Gerät dort bei meiner Arm hat auch Kude. Damit blase ich Luftdienst, die Samurai. Er ist vor kurzem kaputt gegangen, deswegen war er in Reparatur. Oh. Und ich hätte gedacht, du hättest ihn selbst aufgeblasen. Äh, eine große Statue, das dauert ein bisschen schon. Hä? Na gut. Das waren jetzt nicht so die brandheißen Informationen. Vielleicht können wir ihn nochmal zu Guri fragen, denn... Ach, stimmt. Ah, natürlich. Wir sollen einen Guri-Experten suchen und... Er ist der Einzige, der mit uns wirklich über Guri geredet hat. Versuchen wir nochmal dazu zu befragen. Das ist der Kerl, der meine Hotdogs schneller verkauft, als ich sie zubereiten kann. Glaubst du, dass Guri wirklich existiert? Nein, ich glaube, irgendwer hat irgendwas gesehen und gedacht, das wäre Guri. Aber ich werde weiterhin Samurai-Hotdogs verkaufen, bis die Wahrheit rauskommt. Gut, das hat kein Stück Hall. Gut, und gesehen hat er ja anscheinend nichts, sonst hätte er sich ja als Zeuge melden müssen. Aber da wäre er halt natürlich auch gefragt worden. Ich meine, wenn hier so offensichtlich nahe des Mordplatzes hier jemand entstand hat, ist er bestimmt schon gefragt worden. Ich will endlich wissen, was hier beim Bootsverleih los ist. Hm, hier ist immer so still. Ich frage mich, ob der Bootsverleih für immer dicht gemacht hat. Tja, nach dem Mord auf dem See und so. Also, wahrscheinlich machen sie nur im Urlaub, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Fisch dir. Anders gesagt, es ist immer noch nichts. Dann halt nicht. Hat manchmal, also wenn er so nur vor sich hinguckt, hat er irgendein komischen Gesicht ausguckt. Und auch wenn er nachdenkt, hat er einen komischen. Also, er hat irgendwie meistens komisch. So, Wald. Jetzt lese ich schon Guri, da steht Guri See. Hoi. So, wir sind wieder am Wald. Ja, natürlich ist sie da. Hey, sie da. Nun, haben sie etwas über Guri herausgefunden? Ähm, nein, nichts. Nun, dann bloß nicht stehen bleiben. Nachts wird es hier draußen richtig kalt. Es ist wirklich etwas kühl. Ich, ich glaube, ich muss niesen. Boah, nein, bloß nicht, nicht niesen. Hoi. Klick, 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 klick. Ich habe ihn doch gesagt, nicht niesen. Die Kamera ist so eingestellt, dass sie auf leisere Geräusche als ein Knall reagiert. Sie würde jetzt sogar bei von Karmas Fingerschnippen auslösen. Oh, das tut mir leid. Ja, ja, tut mir leid, sagt sich leicht. Aber was ist jetzt mit meinem Film? Nee, erstattet der Dame bitte den Film. Ja, toll. Es tut mir so leid, dass ich jemand anderen das Geld bezahlen lasse. Ja. Ja, das war ja so ähnlich auch in Shrek gewesen. Nach dem Motto, einige von euch werden sterben, aber es ist ein Opfer, dass ich bereit bin einzugehen. Ja. Es wird vielleicht jemanden das Geld kosten, aber nicht meines und ich bin bereit, das zu machen. Ja. Ganz doll lieb von dir, Maya. Ja. Ja, als Medium in der Ausbildung scheint man nicht so viel Geld zu verdienen. Und außerdem ist hier bei uns eine Partnerin Anwaltskanzlei. Und na gut, anscheinend dürfen wir das Geld verwalten, wenn sie irgendwie nie was davon hat. Aber eigentlich müsst ihr natürlich auch Geld haben, weil wenn sie nicht gerade im Büro schläft, dann muss sie ja eigentlich ein eigenes Haus haben oder Wohnungen, meine ich natürlich. Und dort Sachen kaufen vielleicht. So, Nahrung, Trinken, Miete. Na gut. Ähm, so. Ich würde eigentlich immer direkt zum Großball gehen, aber vielleicht ist er nicht wichtig genug, dass uns immer angezeigt wird. Das ist unser Guri-Experte. Bestimmt. Hallo, Junge. Was ist los? Sie sehen etwas verloren aus. Moment. Sie haben doch wohl nicht schon wieder etwas getan, was etwas schadet. Was meinen Sie mit wieder? Egal. Nehmen Sie Platz, Junge. Ich bin für Sie da, falls Sie etwas brauchen. Außer Geld, versteht sich. Dann will ich Gold. Gutes, das ich verkaufen kann. Also ich meine, ja, es ist... Ja. Hm. Natürlich, es geht natürlich wie immer nur um Informationen. Ach, es gibt sogar was Neues. Na dann. Wie laufen denn die Ermittlungen? Ach, gar nicht, um ehrlich zu sein. Wir haben gleich wieder eine Besprechung. Wir sollen über das Motiv von der Ed-Chef sprechen. Sein Motiv? Sehen Sie, Herr Ed-Chef, Vater ist im Fall DL6 gestorben. Und der Typ, der den einzigen Verdächtigen frei bekam, ist jetzt tot. Robert Hammond. Es wird behauptet, Herr Ed-Chef hätte ihn deswegen erschossen. Und Ed-Chef spricht nie über seine Vergangenheit. Ich glaube, damit werden Sie morgen im Gericht rausrücken, um ihn zuzusetzen. Armer Ed-Chef. Ich muss zugeben, es sieht nichts sehr gut für ihn aus, mein Lieber. Ja gut, das wissen wir auch schon. Sagen Sie, Inspektor Gamschuh, kennen Sie Gordi? Äh, das Ungeheuer vom Gurtsee? Nicht persönlich, nein. Nun, wir suchen nach ihm. Hä? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Äh. Sie haben Zeit, um Willen, einen ungeheuren Aufschau zu halten. Dann würde es Ihnen ja nichts ausmachen, ihn für mich zu verhören. Äh, Inspektor Gamschuh macht mir Angst, Nick. Ich habe Inspektor Gamschuh von unserer Abmachung mit Lotta erzählt. Nick, versuche es ihm nächstes Mal eher zu sagen. Äh, tut mir leid. Ja, es war auch ein bisschen, ich meine, sie ist ja einfach damit rausgeplatzt, das hätte sie auch sagen können. Also, die Lotta würde uns gerne was erzählen, aber sie möchte halt mehr über Gordi wissen, weil sie ist ja auf der Jagd nach dem Ungeheuer. Ja, wissen Sie hier etwas da drüben? Aber wenn sie natürlich so ankommen, dann ist ja klar, dass er ein bisschen ausrastet, ich meine ohne. Es kommt sonst ein bisschen blöd, weil hier gerade unser bester Freund, der Edgy Boy, auf Messersteile hier im Gericht steht und dann suchen wir nach diesem Ungeheuer. Genau. Verstehe schon, Junge. Entschuldigen Sie, dass ich Sie angeschrien habe. Ähm, nun gut. Ich, Inspektor Gamschuh, werde Ihnen bei der Suche nach Gordi helfen. Hä? Ich werde Ihnen eine unserer neuesten Geheimwaffen für die Beweissuche leihen. Wirklich? Eine Lupe. Sie können irgendeine nehmen, die Ihnen gefällt. Was ist das denn? Was soll das denn jetzt? Machen wir eine Superheldenliga auf die Geheimwaffen der Inspektion. Okay, dann mal her damit. Moment mal, alles zu seiner Zeit. Ich werde Sie Ihnen erstmal zeigen. Dies sind unsere besten und schlauchsten. Darf ich Ihnen unsere Geheimwaffe Nummer 1 vorstellen? Rakete. Willkommen. Rakete? Er ist ein Polizeihund und befindet sich noch in der Ausbildung. Perfekt. Rakete, Rakete. Hier, braver Junge. Das ist er. Hey, der ist aber süß. Sieh mal, Nick. Ein niedlicher Hund. Und der soll uns helfen? Wie denn das? Als nächstes Geheimwaffe Nummer 2. Eine Angel. Hier, das ist mal eine ganz persönliche Angel. Damit kann man Kabador fangen. Boah. Inspektor Gamschu, wir suchen doch nach einem Ungeheuer. Genau. Wie sollen wir denn ein ausgewachsenes Seeungeheuer mit einer Angel fangen? Das weiß man, das weiß man doch immer erst, wenn wir uns tatsächlich probiert, Junge. Hm. Okay, die nächste ist auch gleichzeitig die letzte. Bitte nicht, ich bin doch jetzt schon von unserer Auswahl überwältigt. Geheimwaffe Nummer 3. Ein Metalldetektor. Bitte schön. Inspektor Gamschu, wir suchen doch nach etwas Lebendigem. Äh, genau. Wie sollen wir das denn mit einem Metalldetektor finden? Hey, das kann man nicht wissen. Vielleicht ernährt er sich von Cola-Cola-Dosen. Nun, welche soll es denn nun sein? Ähm. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Sie scheinen sich alle perfekt zu eignen. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Genau, das ist genau dem entgegengesetzten Grund. Ja. Was soll es? Es schade wohl nicht, sich eine von ihnen auszuleihen. Du hast Rakete in dein Inventar genommen. Ja. Hm. Hm. Ja, natürlich. Der Rakete kann anschlagen auf irgendwelche komischen Gerüche. Was weiß ich. Irgendjemand, der da irgendwas in den Sieg geworfen hat oder irgendwas installiert oder irgendeinen komischen Geruch wahrnehmen und den verfolgen mit der Angel. Gut. Und die würde ich erstmal als unbrauchbarsten empfinden. Natürlich kann man damit am ehesten direkt in den See greifen. Aber das Problem ist, das Vieh kann überall im See sein. Und mit einer Angel kannst du nur ein paar Meter vom Ufer aus rangehen. Also der Bereich, den man damit abdenken kann, ist halt ein bisschen schwierig. Und wir gehen aber davon aus, dass da nicht wirklich irgendein Vieh drin ist, sondern dass irgendjemand von außen irgendwas angerichtet hat. So. Und der Metalldetektor hat kein Aufragstein, wenn da irgendjemand was in der Nähe vergraben hat. Aber da wüsste ich noch nicht nach was. Also vielleicht eine Maschine irgendwo. Aber die würde man jetzt auch nicht unbedingt verbuddeln. Also vor allen Dingen, wenn das... Ja, das Problem ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieses Goldie sein soll. Aber ich glaube, das ist ja gerade der Kern der ganzen Sache. Ich würde erst mal den Hund nehmen. Können wir Rakete ausleihen? Na klar, Junge. Behandeln Sie ihn gut. Er ist so niedlich. Oh man. Polizeihund Rakete von Inspektor Gamschuh ausgeliehen. Zu den Basis-Items hinzugefügt. Sehr gut. Weiter geht's. Zumindest hat er uns nicht das komische blaue Maskottchen gegeben. So. Weiter geht's. Anwaltskanzlei Strafanschalt. Hey, vielleicht weiß ich ja etwas was. Nee, vermutlich nicht. Der Wache ins Wektor hinten. Großberg. Na gut. Kurz wird es dann vermutlich sein. Wir könnten ja der Lotter mal zeigen. Hey, Nick. Rakete benimmt sich etwas seltsam. Rakete? Oh, ach ja. Diese kleine Kreatur von dir. Hey, ich liebe kleine Hündchen. Braver Junge. Braver Junge. Oh Gott. Was ist denn los, Rakete? Rakete? Äh. Rakete. Rakete. Hey, halte das Vieh auf. Kannibale, er frisst meine Samurai-Hautogs auf. Das war so ein mieser Witz mit dem Kannibalismus. Oh Gott. Nee. Meine Samurai-Hautogs sind die Kannibale. Oh nee. Wow, er hat alle vertögt. Tut mir leid, Lavi. Tut mir leid, dafür kann ich mir auch nichts kaufen, Nick. Ähm, tja, diesmal wird das reichen müssen. Also, wir sind schon ein tolles Team, also. Wunderbar, also wir gehen durch die Gegend. Wir machen Herr Lotter den Film kaputt. Wir machen dem Larry seinen Hotdog-Stand. Alles leer. Ja, nee. Na gut. Vielleicht kann ich mich trotzdem noch mit ihm reden. Nein. Ich glaube, den Hund will er jetzt nicht sehen. Ja. Das war jetzt bis jetzt nicht so erfolgreich. So, hier irgendwas Verdächtiges. Nein. Dann gehen wir nochmal zur Lotter. Vielleicht schlägt der Hund ja dort aus. Und wenn nicht, dann zeigen wir den Hund einfach mal kurz. Und schau mal, was hier. Ja, der Hund. Ein Polizeihund im Training. Sehr süß mit strahlenden Augen. Wunderbare Eigenschaften. Hey, Lotter. Ach, wie süß. Ist das ihrer? Er ist ein Polizeihund. Er heißt Rakete. Hm. Polizeihunde werden doch dazu verwendet, Dinge aufzuspüren, stimmt's? Ich frage mich, wie Gordi wohl riecht. Hm. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ähm, ja. Das ist so die große Frage. Ich würde ja gerne, was mit dem Hund kombinieren. Kombiniere hier Gordi Teil mit Hund und spüre das auch. Aber das geht ja erstens überhaupt nicht. Und zweitens haben wir nichts, was wohl so vom Gordi selbst stammt. Gut, gut, also mit Rakete haben wir bis jetzt nichts erreicht. Gut, dann tausche ich die Sache mal aus. Also, ja, die Sache natürlich. Der Hund ist jetzt kein Ding, aber er ist trotzdem in unserem Inventar. Also, was soll's. Na gut, da der Hund jetzt nur hier ausgeschlagen hat, würde ich ihn doch nochmal kurz dem Levy zeigen. Mal schauen, was passiert. Hey, Larry, guck mal, das ist Rakete. Ist der nicht niedlich? Halt mir bloß diesen Köter vom Leib. Was soll ich bloß meinem Chef sagen? Es gibt einen Chef, der für deine Hotdog-Bude zuständig ist? Nick, vielleicht dient diese Bude nur der Mafia als Möglichkeit zur Geldwäsche. Maya, du solltest wenigstens ein bisschen so aussehen, als täte dir der Vorfall leid. Ach ja, richtig. Gott. Hey, meine armen Hotdogs. Ja gut, das war dann nicht wichtig. Also war es wirklich nur, um irgendeine blöde Szene mit dem Hund zu haben. Oder er wird später praktisch, wenn wir halt wirklich was gefunden haben, wo man eine Geruchsspur aufnehmen kann. Dann schnapp ich mir als nächstes die Angel tatsächlich, weil... Naja. Wenn wir am Strand nichts finden können, dann würde ich erstmal mit der Angel danach schauen. Weißt du, in diesem Sieg kann man nicht allzu viele Fische fangen. Ich bin nicht hinter kleinen Fischenherr. Ich bin einem größten aller Fische interessiert. An Gordi. Hm. Willst du wirklich versuchen, ein Ungeheuer daraus zu fischen? Um Edgeworth zu retten? Ja, sicher. Hm. Da kommt mir ja die Tränen und nicht nur aus einem Grund. Das verstehe ich jetzt nicht. Äh, ja, es ist rührend, aber... Aus mehrfachen Gründen? Ne. Steht. Irgendwas an diesem Stiel-Samurai stört mich einfach. Hä? Wirklich? Ich finde, er ist sehr gut gemacht. Hm. Du bist ja immer noch ein Anfänger, Nix. Tatsächlich. Echte Kenner wie Cody und ich können sich für dir das Zeug nicht begeistern. Hä? Diese Fans des Stiel-Samurai sind offensichtlich die eine Klasse für sich. Hm. Damit soll irgendwas nicht stimmen. Na gut. Na stimmt, man kann auch das Ding hier untersuchen. Was ist das für ein Gerät? Na gut, das haben wir ja geklärt. Das? Das ist ein Kompressor. Ich benutze ihn, um diesen Ballon mit Luft zu füllen. Hä? Toll. Wurde erst gestern repariert. Mann, war das ein Akte ohne ihn. So, dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt mit unserer Angel anfangen können. Hm. Okay, nicht. Das hier sieht nach einem guten Fleck aus. Ein guter Fleck. Wofür? Zeit zum Angeln. Das ist ihr Ernst? Hm. Was wirst du als Köder benutzen? Oh. Genau. Oh. Hm. Ich habe mir gedacht, dass sowas passieren würde. Wir hätten auch Rakete mitnehmen sollen. Dann hätten wir wenigstens einen Köder. Oh. Nick. Wie kannst du nur... Äh, nur Spaß. Alles nur Spaß. Hm. Manche Wisse sollte man lieber sich sparen. Oh, sie hat mich gehauen. Okay, schau zu, Nick. Ich versuche einfach nur, keine leeren Büchsen oder Stiefel rauszufischen, okay? Auf geht's. Aua, mein Bein. Bump. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ach so, nein. Die Kamera wieder. Hey, was machen Sie da? Dann tut mir leid, Lotte. Sagen Sie mir bloß nicht, dass Sie für eine Filmgesellschaft arbeiten. Nick. Ach, bezahl ihn. Ich habe mich gerade gewundert, bezahl ihn. Ich meine, Lotta ist eine Frau. Ach so, bezahl den Film quasi. Also nicht das Geld dem Film geben, sondern für den... Mann, Mann, Mann. Vor allen Dingen, warum sollten wir für eine Filmgesellschaft arbeiten, wenn wir ihr quasi das Geld immer wieder erstatten? Ich meine, wenn sie wieder immer neue Sachen kaufen müsste wegen uns, dann könnten wir ganz miese Vertreter sein. Aber so? Lotta, warte. Hier, um Gordi zu fangen. Eine Angel? Sind sie jetzt völlig durchgeknallt? Ja, ich meine... Ja, es ist eine Angel. Daran habe ich nie gedacht. Viel Glück. Danke. Das glaube ich jetzt nicht. Beep, 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 beep. Nick, er piepst im Metalldetektor, hat etwas entdeckt. Zumindest schlägt er laut genug an. Was es auch ist, es muss dort in den Büschen sein. Ja, gut, dass wir nicht bei Lottas Kamera wieder sind. Das wäre vermutlich wieder blöd gelaufen. Sieh mal nach, Maja. Ja, jetzt muss ich mal schon wieder Lotta sagen. Warum ich? Weil ich den schweren Metalldetektor schleppen muss. Nick, sieh mal. Hä? Eine Sauerstoffflasche? Das Ventil sieht zerborsten aus. Oh, das heißt, da konnte jemand... Ich dachte, es wäre Gordi. Maja, erstens. Warum sollte Gordi sich in den Büschen befinden? Und zweitens, warum sollte ein Metalldetektor auf ein Seeungeheuer ansprechen? Oh. Hä? Da ist etwas um die Sauerstoffflasche gewickelt. Sieht so aus wie eine Schnur mit Fähnchen. Nun, jetzt, wo wir sie gefunden haben, können wir sie ja auch mitnehmen. Die ist schwer. Sauerstoffflasche von fraglichem Wert mitgenommen. Wir haben einen Beweis gefunden. Gut. Dann würden wir trotzdem mal zu Lotta gehen und vermutlich wieder einen ihrer Filme verbrauchen, denn das ist bei den letzten beiden Sachen ja auch passiert. Weil der Wurz. Ja, bei Rakete musste sie niesen und mit der Angel ist sie hingeplumpst, genau. Na dann, reden können wir vermutlich gerade... Oh, wir können doch nochmal mit ihr reden. Habe ich wohl verpasst. Na gut, reden wir nochmal mit ihr. Im Prozess heute habe ich auf jeden Fall etwas gelernt. Zeugenaussagen sind eine richtig ernsthafte Angelegenheit. Deswegen habe ich mich entschlossen, nicht mehr über diesen Fall zu reden. Hä? Oh, sagen sie nicht, sie hätten Informationen zu Fall. Nennen sie uns wenigstens die. Wie ich schon sagte, die gibt es im Gegensatz für die schmutzigen Details zu Gordi. Gordi. Was machen sie, wenn es gar kein Gordi gibt? Dann höre ich als Erholungsfotografin auf. Was? Schließlich habe ich mir bis jetzt erst mit einem Foto einen Namen gemacht. Achso, ja, wegen dem Fall, ja. War es gut? Darauf können sie wetten. Ein UFO. Achso, das UFO, meinen sie. Na gut. Ein UFO. Jedenfalls, wenn ich diesmal keine Karriere führen und das Foto mache, dann war es das. Dann höre ich auf und gehe wieder an die Uni. Hä? Sie sind also wirklich Studenten an der Uni? Nun ja, ich habe nur so eine Art Pause eingelegt. Verstehe. Oder auch nicht. Je nachdem. Vielleicht. Ich meine, sie lügt ja nicht zum ersten Mal, ne? Kann auch sein, dass sie es dann überhaupt erst vor Ort anzufangen oder so. Mal schauen. So, zeigen wir ihr das mal. Hey Lotta, schauen Sie mal, das ist ein Metalldetektor. Ich weiß, was das ist. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man Goldie damit aufspüren kann, außer hätte die Uhren von irgendwelchen Leuten oder Kleingeld oder so gefressen. Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ach, keine Szene, wo wir für Lotters Film verschwinden. Gut, wir sollten ihr das nicht unbedingt zeigen, aber ich meine, sie ist jetzt länger am See, vielleicht fällt ihr ein. Oh, dass sie doch jemanden, einen Taucher oder so gesehen hat. Tja, ich muss wohl sagen, dass ich rein gar nichts darüber weiß. Ach so, na gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt zum Gampfschuh und sagen ihm, wir haben tatsächlich was gefunden mit seinen komischen Geheimwaffen. Ne Sauerstoffflasche. Ja, vielleicht ist das ein Gehäuse aus Metall oder der Griff da irgendwie, naja. Und der Detektor hat ganz schön weit ausgeschlagen, wenn wir hier irgendwo lang gehen, außer wir haben natürlich in den Büschen gesucht, aber das sieht man ja nicht. Weil wir den ganzen Ort immer nur von einer Perspektive sehen. So, wieder zurück im Polizeirevier. Hm, Inspektor Gampfschuh ist nicht da, oder was? Jetzt, wo du es erwähnst, wollte er nicht zu einer Besprechung gehen? Ach ja, stimmt. Dann kommen wir später nochmal. Was soll ich jetzt mit dem... Ich habe was gefunden. Strafanstalt? Aber wenn dort niemand ist, dann würde ich sagen, wir haben was gefunden. Damit wird sich schon irgendwas machen lassen. Wir müssen nur erstmal jemanden finden, den es interessiert. Ich hoffe, es hat euch wieder irgendwie gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.